Den ersten Platz gemacht haben, bei einem... Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir bei einem Filmfestival den ersten Platz gemacht haben. Bei einem... Das erfahren wir nachher. Nachher könnt ihr, also nach der Mal am Abend Folge, könnt ihr euch den Link reinziehen. Ja, den Videolink, der kommt in der Beschreibung und natürlich noch einmal unter dem Video im Kommentar. Da könnt ihr euch dann den Streifen im Netz der Möglichkeiten anschauen. Da seht ihr auch mich. Weil da könnt ihr nämlich auch ein paar Ausschnitte aus meinem Kinofilm erleben. Ja, mal am Abend, Freunde. Und das schaut ihr natürlich dann nach der Folge. Könnt ihr da raufklicken und dann kommt ihr direkt auf das Video, was im Netz der Möglichkeiten zu bedeuten hat. Und natürlich, warum ich und was ich da gespielt habe, könnt ihr sehen. Mal am Abend, Freunde. Ja, mal am Abend, Freunde. Ich freue mich, dass ihr da seid zu den neuen Folgen. Ja. Und... Das ist doch ganz, ganz toll, mal am Abend, Freunde. Ja. Ja. So ist das. Und... So wird das sein. Haha. Ja, mal am Abend, Freunde. Ähm... Ich wollte euch nur gesagt haben, noch einmal hier im Netz der Möglichkeiten den ersten Platz gemacht zu haben. Ist ne tolle Sache. Und... Ja. Deswegen... Freut es mich, wenn ihr da gleich mal reinschaut. Und abonniert den Kanal. Denn dort findet... Oder werdet ihr regelmäßig mal was Tolles sehen. Und ab und zu auch mal ein paar Filmchen von mir. Was heißt von mir? Mit mir. Jaaa... Ich schau schon wieder auch da. Naja. Also ich mach so vieles. Und deswegen... Es ist schon schön, überhaupt den ersten Platz gemacht zu haben. Und... Warum? Wieso? Könnt ihr euch jetzt gleich reinziehen. Denn ich werde mich jetzt wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Hier ab 19 Uhr. Zumal am Abend. Und... Ja. Jetzt... Schaut ihr euch den Film an. Und... Den Link... Gibt's in der Beschreibung. Und... Unten... Unterm Kommentar. Morgen sehen wir uns wieder. Zumal am Abend. Der neuen Folge. Schu... Da da da... Oh no... Ja... Ja...